Willkommen zurück, liebe Leute, das ist ein Teil von Let's Play, oder? Let's Play, ähm, Golfe Kasten. Schau mal, was ich hier gerade mache. Supi dupi. Alter, schau mal. Wir machen Golfen. Schau mal, schau mal, schau mal. Lol. Snackline, lieber Dings. Wir machen heute Golfen. Und das andere, was noch fehlt, als die letzten beiden Sportarten. Ich schau mal, ich kann hier durch über alles... Nein. Es ist gerade heftig. Weiter. Ich slide hier so rum. Ich hab Golfen gefunden. Ich hab's gut gemacht. Hm. Minigolf, da bin ich mal gespannt, weil ich kenne es noch von Vsports Resort. Und da war es nicht gut, ein Minigolf. Echt? Also es war halt immer witzig, weil der Ball immer komplett über See gefallen hat. Also Minigolf ist eine Sache, die ist einfach viel besser bei, ähm, der Vsports Resort besser sein wird, als hier. Ich will danach noch eine Runde fechten, Alter. Amazon in Vsports Resort. Mhm. Amazon können wir später machen. Wie wir uns jetzt in Bowlen anzuladen, äh, in Bowlen sag ich so einen Minigolf anzuladen werden. Beziehungsweise heißt ja eigentlich Schwertkampf, aber naja. Ähm, wie kann man jetzt die... Mach. Wie kann man jetzt... Kannst den Potter ändern. Ein Zehn. Ein Zehn. Ich würde den Zehn annehmen, den kleinsten. Das ist ein sieben Meter vier. Ja. Äh, es gibt keinen Fall. Wie kann man jetzt, ähm... Ja, schlagen. Probeschwung B. Ja, was drückt man dann? Ja, B. Ja, es drückt B. Ja, B. Das ist aber irgendwie auch sinnvoller. Äh, Richtung hast du. Hast du das gedruckt? Ah. Darf ich mal... Ah, du bist echt nicht scared. Ist genau so. Wird es halt ein bisschen mehr Poredom braucht. Jetzt bin ich dran. Ah, ich glaub ich kapier's in der Theorie, wie's funktioniert. Wie, warum kann ich machen? Mit B. Und dann A. No. Ah, für den Nachwarn. Du, es war zu hart. Ja, merke es gerade auch. Es war öftig zu hart. Der wird die Zehn zu hart. Ist noch mal dran. Einmal ganz kurz A gedrückt. Hä, wieso, wieso, wie sieht der dann gleich so hart? Du musst nur kurz A gedrückt. Du musst antippen. Ich hab nur ganz kurz A gedrückt. Schau her. Schlag. Also wie einfach ganz kurz so? Doppelklick, A A. Du musst erstmal auf Schlag gehen vielleicht. A A. Oh, zack. Danke. Du hast einmal erst den Schlag, dann kommt dieser Messer. Mhm. Und dann kannst du reinhauen. Ja, ist ja nicht sehr motiviert daraus. Danke. Langsam kapierst du das ja besser. Bogey. Ist einfach nur schlecht, dass der eine nicht reingegangen ist. Ja, ich glaub du probierst einfach nochmal. Ne, jetzt kommt ein paar Zweile. Ach. Ähm. Ich fange an. Ja, du fängst an. Ah, das ist gar nicht mal so dumm. Wie kann das, ah ja, so. Bro. Mach's aus wie ich. Bist nochmal. Einer, der war sick. Paar. Hier nur die Pros, wir machen das einfach mit einem. Was? Gesehen wie er davor stehen bleibt? Ja, das war mies. Alter, der bleibt immer davor stehen. Da kann ich halt echt nichts machen, man. Der langweilt mich. Der scheiß langweilt mich. Der rollt einfach wieder runter, Lecknis. Ja. Ja, moin. Ich würde auch einen anderen nehmen. Einen anderen Schläger? Ja. Der macht mehr Sinn. Ich nehme den Pater hier. Ja, okay, der macht halt Essen mehr Sinn. Ich schieße das aber ab. Ja, das war ein bisschen dumm von mir. Ja, probier das mal aus. Oh, das war auch scheiße. Ja, der war auch so scheiße, gell. Ja. Viel zu hat der rollt wieder runter. Ja, Mann. Bis zum Schluss. Scheiße. Das ist fies mit der Anhörung. Wird nochmal dran. Erhöhung. Ja. Ja, und da. Was war das denn hier? Es bleibt oben. Bleib oben. Bleib doch oben. Gut. Dann kannst du mit dem fünften Slug rein versenken. Ich weiß, dass er es lässt, aber... Uh. Ja, der war gut. Gut. Ja. Endlich mal, Alter. Verliehend. Es macht nur die fünften Slug rein. Selber Rollen, wie ich auch hatte. Ja, okay. Gewonnen. Äh. Okay, wir lassen das bei dem, ne? Ich meine, jetzt sieht man das Bohlen hier. Ich hab was anderes wie das in V-Spots Resort. Einfach viel kleiner so. Bowlen? Äh, ich sag's wieder Bowlen, ja. Golfen, Minigolfen. In V-Spots Resort hat man viel mehr Spielfelder und alles drum und dran. Weißt du? Ich kann halt so direkt nicht vergleichen, sag ich's mal. So die Sportarten von Gowikäßen und V-Spots Resort, wenn man die vergleichen wollen würde. Ich spiel wieder, wer... Aber V-Spots Resort machen wir auch mal als Let's Play. Jetzt kommt nur noch Skaten, dann haben wir's. Richtig, da haben wir zumindest mal dieses Resort. Oh mein Gott, ich geh' ich auch. Jo. Patsch mir nicht meine Eier an, Alter. Ich habe A getrackt. Lügner. Da. Er patscht mich an. Die sind, die sind nicht total da hier hin. Der wird vermilten, wirklich. Junge, was willst du von dir? Was willst du nicht? Nix. Alles gut. Ähm, wir müssen da hinten hin. Ne, David, komm mal kurz her. Ich will Sprung über... Und danach fahren wir dann nochmal mit dem Bus durch die Gegend. Ich will den Sprung über dich machen. Ich will den Sprung über dich machen. Okay, we have to go in this way, this. Okay, es ist hier. Yeah. Ja, ja, es ist geil. Ja, ja, es ist geil. Alter, schau mal. Ja, moin. Ja, moin, Alter. Hey, yo, schau mal hin, wo ich bin. Ich habe eine Kiste gefunden. Lass die Kiste mal Kiste sein. Ich bin kurz vor dem Ziel. Ja, und? Wir müssen wieder woanders hingeleitet werden. Tö, Schatz. Ja, möchte ich. Ich habe was gefunden. Ich kann es wieder weiterfahren. Wann, ich bin tatsächlich immer noch hier. Äh, hier irgendwo. Da. Was haben wir ja am letzten? Ich weiß nicht, ob es hier oben ist und ich einfach hochfahren muss. Wuuuuh! Hier. Okay. Alter, mach es hier an. Halfpipe! Oder? Ist ja gar nichts los, der Grimms los. Drück mal A durch, Alter. Was ist das für eine? Also, wir machen ein Halfpipe-Ding. Allerdings sind wir, okay. Gut, wir müssen einfach Tricks machen. Ja, so wie das letzte Mal halt auch. Na, passt, meine. Trixi, Trixi, Trixi. Trixi, Wixi, Trixi. Wixi, Wixi, Trixi, Trixi. Trixi, 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 Trixi. Ja, oder? Ist ja gar nichts los! Trixi, 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 Trixi. Ja, was, was drückst du für die, für die... Oh, hab ich jetzt gelegt. Was drückst du?! Was drück ich? Ah. Ne, oh lol. Ich hab einfach erst 22 von, ähm... Jetzt wieder gelegt. Wieso hast du denn so viel? Ich hab einfach erst... 60. Aber ich hätt's davor noch nie gelegt. Macht's ja nicht besser. Cool. Ich hab da... Niemals jetzt 600. Du auch nicht. Von allerhöchstens 100 hier. Oh, du auch nicht. So knapp, Alter. Schau's dir an. Machen wir's nochmal. Jo. So einfach. Alter, wie knapp es einfach war. Wie sie schauen, Alter. Wie so Affen, Alter. Ja, weißt du. Nicht sehr motiviert. Jetzt haben wir alle voll glücklich. Hä? Du kommst ja irgendwie direkt in den Punkt. Das ist gar nichts, was du anders machst. Ich drück noch RT kurz bevor ich springe. Ah, danke. Das hilft in der Tat. Dann springt man höher. Ich bin jetzt aber auch... Oh! Umgefallen. Bis jetzt noch nicht. Epple ist misst hat's an der Tat eingelegt. Es läuft jetzt gar richtig gut. Jetzt bin ich von der Bahn runtergefahren. jetzt richtig geschmissen es ist mir auch besser das letzte mal aber es darf immer ein definitiv noch nie genug hier um anhand an 600 zu kommen meine du bekommst das jetzt hin ich hab das glaube ich schon ja überhaupt bekommst auch so normal 600 aber es darf gerade mal so 200 300 300 300 ich habe schon 600 easy macht richtig viele fehler es war 150 auf einmal ja gut ja 450 doch das letzte mal voll wenig hatte geht das natürlich nicht das ich hab's geschafft das beste aber du hast es geschafft ist das mal ganz toll so ist ja ich hab 808 gehabt ja jetzt haben wir das resort durchgegeben ich glaube schon haben wir was sagen zum schluss suchen wir mal den bus setzen uns einmal drauf und fahren damit einfach zurück zum resort aber immer weniger im prinzip durch das alles dann gesammelt zeit das nächste aufzusuchen ja mit nächsten sort jetzt auch weiter im nächsten part die leute man glaubt da kommen weil wir haben die hälfte ist das alles und du es aber es hat mich jetzt noch mal kurz das resort die an zum abschluss wo bist du mich tut man absteigen mit x oder ja macht aber keinen sinn man kann auch damit rauf der wie wenn das ding nicht gerade wegfahren wurde das wäre sogar besser als fahren würde ich bin drauf ich bin drauf zumindest war ich gerade drauf ich fahre einfach runter ich fahre einfach runter ich fahre einfach noch ein bisschen rum drauf und fahren uns ein bisschen um mit dem blick zu nach hinten nehmen wir noch mal die schöne city ist doch ganz schön zu sehen ne oder sehe welche welche die lang fahren sollen wir uns einfach mal lang mal wo wir lang fahren ich glaube mal du das auch ich schaue mal nebenher ja dann kann ich dich beobachten aber ist doch eigentlich erst schön gemacht so alles mal ne das spiel ist eigentlich gut gemacht ich muss das s sagen ich fahr mal hier so ein bisschen durch die gegend mach das also die nacht die start endet bei nacht ist doch sehr schön ist immer noch der löwe ja da kannst du der lobe der ist so scheiß rein mir alter aber du kannst dir tatsächlich noch einen hotdog holen ich will nicht da rein aber das ist ein club oder was das sein soll stimmt der party gemacht mit zwei leuten privat club party wer weiß oder auch würstel party genannt bis zwei mehr da sind der moin nein 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 also ich fahr mit dem brust los die gegend hier muss sagen es ist cool macht spaß als da ich seite dann noch mal aus verserbst du mal ein bisschen was das jetzt sind wir doch am resort ne das ist doch unser resort oder kann man ja auch rein gehen ins hotel riste ich glaube nicht weil ich glaube das ist doch so das resort hier ne warum sollst du auch da rein heulen kann man kann was dann ist ein tolles resort mal anzuhauen hier gibt es Eis ich glaube ich habe jetzt noch ein Eis ich fahr da jetzt hoch schau mal es ist ein schönes Eis auf der Brücke das ist doch ein toller abschluss hier schau mal wo ich stehe ein toller abschluss hier von diesem tollen tollen äh von dieser tollen tollen ähm Welt hier ich finde das richtig cool dass man zum Beispiel auch Eis essen kann und so weiter das hat auch so kleine vier schluss auch achten ne bin ich mal gespannt wie das in das Nier und in der Bergwelt aussieht weil ich glaube bei das Nierwelt kommen halt eher so Wintersportarten ne nein wir schauen was man hier machen kann loll was halt diese Wintersportarten fast weniger aus dem Tag als so zum Sommer hast du gerade gesehen ja Wintersport da ja aber natürlich werden wir trotzdem auch Wintersport machen aber ich glaube es ist erst werden wir trotzdem die Berg ähm das nächste Mal mit einem Bergresort oder das nächste Mal dann boah ich würde fast zuerst Berg und zum Schluss Winter machen Alter schau mal wo ich bin keine Ahnung Alter hihihi na moin also mit wem ich fahr jetzt nochmal auf die Pyramide hoch ok ja es ist gerade warte ich fahr jetzt nochmal auf die Pyramide hoch ja jetzt haben wir uns das noch an zum Abschluss hier von dem Part Puh weil ich die Pyramide mal sehen würde wäre es doch geil hihihi hinten ist hier doch oder Leute ich kann mit x einfach nachseln abzustellen ja mal ich genieße gerade mein Eis hier wo sind diese hässliche Pyramide man eine angefahren eigentlich ist es cool hier aber gerade eine Katze kamikaze eine Katze ich sag ja kamikaze Wenn ich mich nicht täuscht, dürfte es da hinten sein. Ja, aber jetzt will ich mir mal einen Softdrink und schlürfte in diesem Abschluss. Und da war es also mit dem Party, Leute. Ich hoffe, alles hat dir gefallen. Und ja, das nächste Mal sehen wir uns wieder im nächsten Resort. Und ihr seid hoffentlich richtig so ein Urlaubsfeeling so bei einem Resort, den wir bis jetzt hatten. Toller Fels im Abschluss. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und so. Bis zum nächsten Mal.